Grüße euch! Ich gratuliere euch allen und mir selbst, dass wir noch alle am Leben sind, dass ja kein Atomkrieg noch angefangen hat. Das ist sehr schön und somit mit dieser positiven Note können wir mal anfangen mit der Frontübersicht. Wir gehen erstmal die ganzen Frontbewegungen durch und dann zum Schluss gehe ich noch auf die Situation mit dem Atomkraftwerk ein. Was ist da tatsächlich passiert? Vorher vielleicht noch ein Hinweis, Freunde. Ich brauche mittlerweile 6-7 Stunden Arbeitszeit für eine solche Ausgabe. Also ich muss die ganzen Informationskanäle abchecken, wo was passiert ist, plus vielleicht die passenden Bilder und Videos dazu finden, die mir täglich zugeschickt werden. Das sind Tausende. Also das frisst sehr viel Zeit. Ich kann nichts anderes mehr machen. Daher wäre ich für jede finanzielle Unterstützung sehr dankbar. Der Link für Paypal oder Kreditkarte ist in der Videobeschreibung unter dem Video. Los geht's! Was ist denn am 3. März passiert? Die Russen haben immer noch keine Landung angefangen im Süden bei Odessa. Es werden aber viele Luftschläge geflogen und viele Lufteinsätze sind zu verzeichnen. Es wurden mehrere Waffenlager getroffen. Da habe ich separate Videos dazu gekriegt. Alles in meinem Telegram zu finden. Telegram-Kanal übrigens unter dem Video in der Informationsleiste zu finden. Was bemerkenswert ist, dass die Flugabwehr der Stadt absolut nichts macht. Zum Durchbruch bei der Stadt Nikolaev unten. Da wurde einer der wenigen noch überlebenden Flugzeuge der ukrainischen Luftstreitkräfte hingeschickt zur Abwehr. Und ein Su-25 wurde sogar abgeschossen. Dieser Durchbruch ist also ein großes Problem für die ukrainischen Verteidigungskräfte, weil es sich in alle Richtungen ausweiten kann. Es hat die operative Freiheit quasi. Es kann nach Westen gehen, es kann nach Norden gehen und ebenfalls nach Osten oder Nordosten. Bei Krivoirok wurden die Zivilisten evakuiert und es wurden bereits Ziele in den Vorstädten von Krivoirok angeflogen und bombardiert von den Russen. In Mariupol lief die Stadtsäuberung durch die Russen. Es wurde scheinbar eine Vereinbarung getroffen für die Bildung eines Humanitärkorridors, um die Zivilisten aus der Stadt zu evakuieren, bevor die Kämpfe eskalieren. Im Gebiet von Kharkov laufen die Gefechte um die Stadt Dirgatschi. Bei der Stadt Pyromyski hat sich die russische Vorausabteilung an den östlichen Vorstadtgebieten befestigt. Dann wurden den ganzen Tag über Reserven zusammengezogen und gegen Abend fingen die Gefechte an. Man hört Artillerie schießen. Schwere Kämpfe für beide Seiten laufen bei Kiew. Hier scheint das Kiewer Kommando der Truppen am besten zu agieren, am gekonntesten zu agieren. Am 3. März liefen die ganze Zeit Gefechte um Bucha und Irpen mit wechselhaften Erfolg. Die Russen setzten die Offensive Richtung Obuchow und Fastow fort. Die Gefechte liefen aber schon südlicher der Straße Zhitomir, Kiew. Die Stadt Tchernigov im russischen Hinterland wurde mit Artillerie beschossen. Dazu habe ich ein Video im Telegram-Kanal gepostet. In Sumy im russischen Hinterland wurde ein Anschlag verübt und die ganze Stadt stand ohne Strom. In der Stadt Akhtyrka wurde das Wärmekraftwerk beschädigt und die Stadt blieb ohne Heizung. Zur Erinnerung, diese Stadt liegt auch im russischen Hinterland. Ukrainischer Generalstab berichtete, dass die Russen Landetruppen bei Andrei Tchekowo beim Fluss Bug abgesetzt haben und dass dort auch eine Pantonbrücke errichtet wird. Und am 5. März haben die Russen genug Reserven zusammengezogen und momentan gibt es Kampfhandlungen um die Stadt Vosnesenskrum. Sie haben bereits das Dorf Yastri-Binovo eingenommen. Ukrainer versuchten einen Gegenangriff, um die russische Überquerung über den Bug zu verhindern. Aber die Russen starteten einen eigenen Gegenangriff und haben die Ukrainer zurückgeschlagen. Die Leute meldeten, dass in Yuzhno-Ukrainsk eine ukrainische Militärkolonne reinging. Also scheinen die Ukrainer hier in dieser Gegend Kräfte zusammenzuziehen, um hier eine Spaltung der Ukraine, weitere Spaltung zu verhindern, diesen tiefen Vorstoß ins ukrainische Hinterland. Und wie das die lokalen Bewohner meldeten, haben die ukrainischen Truppenverteidigung in ukrainischen Schulen in Yuzhno-Ukrainsk bezogen. Das zur Frage, warum immer wieder Schulen beschossen werden. Ich muss sagen, die Russen scheinen eine sehr gute Bodenaufklärung zu haben. Auch mit den lokalen Bewohnern wird viel gemacht. Die lokalen Bewohner verraten sehr viel der Positionen der ukrainischen Truppen. Das sieht man auch ganz gut, wenn man die Videos anschaut, die ich im Telegram poste, von lokalen Luftangriffen zum Beispiel, wenn punktgenaue Treffer auf irgendwelche Waffenlager durchgeführt werden. Das sieht man da sehr gut. Auch von Kharkiv wird berichtet, dass die lokalen Bewohner sehr gerne mit den russischen Truppen kooperieren und die ukrainischen Positionen preisgeben. Vor Odessas Küste stehen russische Schiffe mit Landetruppen an Bord und warten auf den Befehl. Damit werden natürlich ukrainische Kräfte gebunden, ohne dass sie in Kampfhandlungen verwickelt sind. In Donbass sieht es auch düster aus für die ukrainischen Truppen. Die Verteidigung im Süden wurde durchbrochen. Russische und die Truppen der Donetscher Republik gehen auf eine Verbindung zu, ohne großen Widerstand. Sie bilden jetzt eine gemeinsame Front, die sich dann nach Norden bewegt. Am 4. März bewegten sich die russischen Truppen in manchen Stellen bis zu 30, 40 Kilometer tiefer ins ukrainische Hinterland. Die Stadt Gulaipole wurde heute Morgen bereits umgangen von den Russen. Mariupol ist komplett blockiert und die dort eingeschlossenen ukrainischen Truppen sind schon verloren. Bei Diagatschi gab es am 3. März ein Atelier-Duell, am 4. März ein Atelier-Duell. Dann sind die ukrainischen und russischen Truppen zusammengestoßen. Das berichten die lokalen Bewohner dort. Es gibt Videobestätigungen davon. Die russischen Truppen sind jetzt auch in Irpen eingetreten und bekämpfen die ukrainischen Widerstandsnester in der Stadt. Der Bürgermeister der Stadt von Nikolaiv meldet, dass die russischen Truppen vor der Stadt immer mehr ihre Kräfte anreichern. In Kharkov herrscht jetzt momentan Waffenruhe. Die Bewohner versuchen die Stadt zu verlassen, weil humanitäre Korridore gebildet wurden. Das war es derweil zu den Frontmeldungen. Jetzt gehen wir nochmal auf die Situation mit dem Atomkraftwerk ein. Was ist da passiert und was sagt uns unsere Logik? Lass uns mal auf die Karte gucken. Was ist denn die Lage von dem Kernkraftwerk? Obwohl das Kernkraftwerk Zaporosch heißt, ist es nicht in der Stadt Zaporosch, sondern viel südlicher. Man sieht, es ist seit mehreren Tagen schon in russischer Hand das Ganze. Es ist tief im russischen Hinterland. Zum Glück können wir ja über Google Maps drauf gucken. Und dann sehen wir mal, das ist das Gebiet hier. Und hier sehen wir diese Energo-Blöcke, sprich die Reaktoren. Übrigens sind sie gepanzert mit schwerstem, mit bestem Beton eingegossen. Also die Dinge sind auf einem direkten Treffer eines schweren Flugzeugs, eines Jets, der abstürzt aus 10.000 Meter Höhe rein. Also die sind bei weitem nicht so leicht zu zerstören, wie uns vielleicht gesagt wird. Also Betonbunker, zum Beispiel aus dem zweiten Weltkrieg wissen wir, so ein schwerer Betonbunker muss mehrere Tage, mehrere Stunden, mehrere Tage nach Intensivität mit schwersten Kalibern ab 152 Millimeter aufwärts beschossen werden. Mehrere Tage, mehrere Stunden, dass die Bunker geknackt werden. Und da ist nicht garantiert, dass man sie dann knackt. Und hier, also das ist so ähnlich, darf man sich das vorstellen von der Beton. So, das ganze Gelände hier hat eigentlich keine Parkplätze. Man findet den einzigen Parkplatz, der einzige Parkplatz ist hier unten, da ist er. Und da wurde geschossen, da zeigt die Überwachungskamera, dass es geschossen wurde. Und man sieht rechts auf dem Video das Verwaltungsgebäude. Es wurde also von hier bis hierher geschossen. Geschossen, da wurde geschossen. Hier ist auch noch ein Parkplatz. Also die Schüsse fielen so in die Richtung. Die Reaktoren stehen da hinten, auf die Reaktoren hat niemand geschossen. Es ist klar, wir verstehen, dass man nicht unbedingt die Reaktoren sprengen muss. Also das muss man verstehen. Warum zum Beispiel ist das Unglück mit dem Tschernobyl-Atomkraftwerk geschehen? Es wurde von der Steuerung, es gab einen Fehler bei der Steuerung. Nicht am Reaktor wurde was gesprengt, sondern die Steuerung wurde fehlerhaft ausgeführt. Deswegen gab es dieses Unglück. Und hier reicht es natürlich auch, dass die Steuerung im Verwaltungsgebäude, im Steuergebäude, da irgendwas falsch macht, damit hier irgendwas dann explodiert. Das ist klar. Jedoch, was sagt uns die Logik? Wo werden Sabotageakte durchgeführt? Im eigenen Hinterland? Macht das jemand? Hat irgendeiner von euch eine Geschichte, wo ein Land in seinem eigenen Hinterland einen Sabotageakt durchgeführt hat? Nein, Sabotageakte werden immer im feindlichen Hinterland durchgeführt. Also hier ist das russische Hinterland, also für die Ukraine ein feindliches Hinterland. Und wenn hier ein Sabotageakt durchgeführt wird, dann ist es logisch, dass das ukrainische Kräfte waren. Warum sollte man das tun? Um einfach jemanden zu beschuldigen, dass er der Bösewicht ist, dass er die Verseuchung da in Europa erreichen will. Und diese Schüsse fingen an um zwei bis halb vier ging das, dann brannte das Steuergebäude und um vier Uhr siebenundvierzig hat der Zelensky die Meldung rausgegeben, dass Russland einen zweiten Tschernobyl erzeugen will. Und auch in Donbass gibt es ein chemisches Werk und da könnten sehr große Mengen an chemischen Stoffen, Giften freigesetzt werden, wenn das mal sabotiert wird. Und diese Gefahr, die liegt noch vor uns. Hoffen wir, dass das alles gut geht und dass nichts dabei zu Bruche geht. Ich empfehle jedem von euch jetzt zu allen Göttern zu beten, die sie kennen. Auch fragen mich die Leute oft, wo soll das hinführen? Wo siehst du das Ende des Konfliktes? Ich sehe das Ende des Konfliktes in einem schnellstmöglichen Ende dieses Krieges. Also entweder gibt Zelensky nach und sieht es ein, dass Putin stärker ist oder nicht, dann geht der Krieg weiter, dann werden Waffenlieferungen und Freiwillige gehen nach Ukraine, um zu kämpfen. Der Konflikt verzögert sich, es artet alles aus und dann kann es nur noch schlimmer werden. Sprich, je länger der Krieg dauert, umso schlimmer wird es für uns alle mehr Flüchtlinge, mehr Zerstörungen, mehr Leiden und mehr Möglichkeiten für eine Eskalation des Konfliktes. Gnade uns Gott, in diesem Sinne, macht es alle gut, bleibt am Leben, grabt euch einen Bunker und schafft euch ein bisschen Nahrungsreserven an. Tschüss. Gnade uns Gott. Gnade aus.